Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kiliens Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Florgas vor. Florgas ist die Weitentwicklung von Flabbebe und Fluett und hat wie diese einen Monophentyp, was ihm eine Schwäche gegen Gift und Stahl, eine Resistenz gegen Käfer und Licht und Kampf, sowie eine Immunität gegen Drachenattacken gibt. Wirft man einen Blick auf Florgas Basiswerte, so steht als erstes die Spezialverteidigung mit 154 Punkten heraus. Auch der Spezialangriff ist mit 112 Punkten auch nicht zu unterschätzen. Die übrigen Werte sind dafür allerdings leicht bis mittelmäßig unterdurchschnittlich, was uns jedoch nicht daran hindert, dieses Manko mit EVs auszugleichen. Diese verteilen wir hier nämlich komplett in KP und Verteidigung, um Florgas so stabil wie möglich gegen physische Angreifer zu machen. Ein kühnes Wesen senkt den Angriff und erhöht zusätzlich die Verteidigung. Florgas Fähigkeiten sind leider nur für den Doppelkampf relevant, also werde ich hier auch nicht weiter drauf eingehen. Als Attacken nimmt man hier Mondgewalt, Wunschtraum, Schutzschild und Aromakur. Mondgewalt ist eine solide Step-Attacke, gegen die mit Ausnahme von Ninjathom kein einziges Pokémon immun ist. Außerdem hat dieser Attack eine nützliche 30%ige Chance, die gegnerischen Spezialangriff um eine Stufe zu senken. Wunschtraum und Schutzschild geben Florgas eine Möglichkeit, sich sicher zu heilen. Aromakur heilt das gesamte Team von Statusveränderungen wie Schlaf, Paralyse, Brand, Gift und Frost. Als Item eignet sich Überreste am besten, um passiv immer ein wenig Heilung zu haben. Dieses Florgas nimmt im Team die Rolle eines Supporters an. Mit Aromakur kann es das ganze Team von Status-Effekten läutern und mit Wunschtraum kann es bei anderen Pokémon auch KP wiederherstellen. Mondgewalt macht auch ohne offensive EV noch ordentlich Schaden und solange es keine Stahl- oder Gift-Pokémon vor sich hat, kann es einen Gegner auch effektiv stallen, sofern es mal nötig ist. Als Switch-Partner für Florgas nimmt man am besten ein physisch-defensives Stahl-Pokémon, um gegnerische Stahl- oder Gift-Attacken effektiv abfangen zu können. Insgesamt ist Florgas ein super Pokémon, wenn euer Team eher aus Tanks und Setup-Sweepern besteht, da es bei solchen Pokémon eher die Möglichkeiten hat, sie mit einem gut getimten Wish-Pass hochzuheilen. Das war's jetzt aber auch schon von meinem Florgas und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen. Das war's jetzt aber auch schon von meinem Florgas und Stahl-Pokémon. Das war's jetzt aber auch schon von meinem Florgas und Stahl-Pokémon. Das war's jetzt aber auch schon von meinem Florgas und Stahl-Pokémon. Bis zum nächsten Mal.